hallo liebe freunde des geilen youtube sports willkommen zu einer weiteren und mit ccg ja genau ich habe gedacht ich mache jetzt einfach mal virus nach weil mich sein danke für mich geschweichelt ich glaube ich habe die wird das nicht wieder so eine aufregende runde wie letztes jahr das war eine runde alter war er schläft wieder jedes mal bei ihm die zeit gelb ist immer gut bei gelb hast schnell nicht doch von wegen sie wollte das nicht die zeit schon wieder alter was ist das naja man kann damit leben ja 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 ganz toll ich ja aber ruhig weiter so ja wohl an der farbe du 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 ich das kennst du vom letzten mal ja jetzt gibt mir auch wieder rot und dumme kuh jawohl jetzt hier doch jetzt tue jetzt 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 bin ich mal gespannt ein plus vier für virus da wofür die auswahl er hat er wechselt mit pro das hätte ich jetzt nicht ich denke schon ich habe ich gesagt was habe ich gesagt dass du ziehen doch ich auch ich sag auch wir haben auch grün auch jetzt und dann haben wir wieder gelb das freut mich weil das ist im endeffekt kommt es ist alles wieder zurück und wir haben auch gelb ja wir haben gelb ja ich weiß ja verdammt so war hässlich es sieht aber schon mal knappe aus als letztes mal gottverdammter alter ich bestraft habe mit zwei leute gleich drei drei nein noch mal nicht ich war schon wieder gut los und er zieht und er zieht also was heute sprüche blöde kuh arschloch doch alles kommt ja sagt gesichter bitte schön zwar was an die oft ist ja ich noch mal jetzt gibt aber letztes mal ja ist doch wer schön blau wieso blau da liegt blau nein kann ich freiwillig ziehen ja das kommt davon das kommt davon ja 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 das ist gut ja mal andersrum ja ja wir uns kunst es ja warum jetzt soll ich schon wieder ziehen den scheiß grünen wichse hier mach was draus ach so er hat kein rot alles klar ja schön dass du es weißt ja guck mal hier der hat ja so viel wie Prue hast du plus 2 für den Ohm da ja ach scheiß liege auch ab hier ja kacke ja komm du kannst du nur Tobi nehmen ich will sie nicht du hast ja noch zweimal chance da zieht er die ganze zeit und was kommt da nur noch eins ja besser und einzeln gar nichts das habe ich auch ja das sechste neu ich mag nicht mehr hier da halt die klappe und gib mir gelbe ey ja ich kann ja nicht gelb gelb das musst du machen du musst ja ziehen so Prue danke dass du mich wieder ziehen lassen dafür kannst du dich spielen äh das ist egal virus du kriegst gleich den grün wieder pass mal auf ich denke das ist eigentlich eine gute Wahl was ich jetzt vorab naja du kriegst du bis gerade ja 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 das ist ja traurig ja 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 ich muss jetzt das leider so machen ja komische zeit ich mache ja schon mit meinen karten wieder zurück das war überhaupt nicht deine doch das war meine nein deine habe ich das schon das weiß ich aber vor kurzem war es noch mal ne karton hat sich noch mit neu gewechselt auf die letzte sekunde auch man hat diese spiel er muss sie er muss ich war wisst ihr denn blau der russ blau da hast du auch mann wenn ich nie was andere schweißen war mal durch wieder blau ich wusste das noch mal ran weil toby hat kein blau ok er hat aber gelb ich wusste jetzt nicht dass ja virus hat kein geld passt vielleicht muss ich bloß hier ziehen wer weiß ok toby doch ziehen warum ziehe ich denn immer die gleiche farbe ja genau was sind denn das für gülle karten hier sind das crazy karten ich arbeite mich echt gut runter weißt du jetzt hat crazy schon wieder zwölf karten ist geil das ist jetzt mal wenn man am abarbeiten bis und dann kriegst du wieder ein auf den senf ja und du bist dran wir uns mit gelb ja gelb war nicht blau er hat nicht ziehen ich werde ich noch mal hallo glück darf letztes die cool мотрel ... grün jetzt wird es interessant jetzt wird es interessant jetzt ist ... NEIN hallo hast du so toby was vergessen ja alles gut willkommen zur nächsten neuen runde mit ccg mit dabei die blue der crazy der toby nate so ausgeteilt ich habe gleich deine karten ich habe das zusammen bis jetzt habe ich von 14 und noch nicht einmal ziehen dürfen war einmal legen jetzt darfst du aber und er will nicht weigere mich war ja kommt ihr aus meinem fahrrad tut mir leid kriege ich bitte wenigstens eine 7 natürlich nicht ach gatt verdammt noch mal ich freue mich noch ich bin doch ein würstchen warum musst du mir deine karten geben die hat ja keine rot du wolltest sie doch sowieso haben also beschwer dich nicht mäuschen ja sieh gut aus mach weiter so ja geil also ich hatte also eigentlich also ich war mal ich will mal ich meine ja schön für dich jetzt bist du dran ja ok gerne gerne ich weiß genau was jetzt kommt nein nicht ich muss nicht aussetzen du musst auch nicht ziehen hast du gelb immer doch erst aussetzen und dann noch zwei ziehen die frechheit die hat so ein glück ja keine angst du kommst gleich wieder dran ach verfaxe ich noch mal man das ist nicht dein ernst es ist nicht dein ernst 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 die frau hat nur rote kartoffer hat nur mal so oder ja 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 schön na pru ja 5 hat sie keinen will nein das gibt's doch nicht wir müssen das wechseln war ja klar aber er muss ja eh ziehen tobi weil er hat ja keine kröne ja eh ja ja das hat die ganzen jetzt verkackt welche karten sind drin rot schön mir wusste er wird er wird nein bist du auf der fall ziehen du dumme sauch das gibt's doch nicht die hat eine rote 7 du kannst doch machen was du willst ey ja was ey ich wollte das gar nicht ich hatte ne karte die hat marvel nö du du danke dass ich mich da doch wie sich das blatt wendet ja hat immer noch kein rot nein 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 ziehen oder auch zieh 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 nicht so viel doch zieh mir an oh 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 danke virus für den karti oh gott was hast du denn eigentlich immer für karten ja was soll ich denn sagen ey es hat kein gelb und ne schön ach virus fick dich wie gesagt wann kann man das ding da doppelt draufschmeißen das ist das brennt doch ja viel spaß damit ich weiß noch was jetzt gleich wieder kommt immerhin habe ich einmal uno sagen können vorhin viel spaß du hässlicher gollum ey ich muss ja mal dazu sagen wir macht das mit euch ja so mal richtig laut ja wieso soll ich sie ich hab doch ach nee das sind ja sechsen das ist doch okay big stopp also ich habe nicht gerade noch gesagt es macht riesig spaß mit euch zu spiel Ich danke dir, Bruder, du bist so gütig. Ja, das sieht doch wieder gut aus. Ja, für dich. Nein, ich sag jetzt so von der generellen, dass alle gute Karten, ja ganz toll. Er hat keinen roten Karten, na toll. Sehr schön, sehr schön, zieh. Ich kann auch nicht mehr roten Karten. Virus ist fleißig, Benzin? Ich darf keine Nummer ziehen. Äh. Hahaha, nicht mit mir, du Gollum, ey. Dann zieh halt ich. Ja, dann zieh halt. Was ist los? Geht's dir die Katze gut? Ist hier untenrum ganz frisch? Nee. Ja, weil ich das kann. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss ziehen. Doch, ich glaub, das kann man doch ändern, ey. Ja, danke. Wieso? Alter. Das sind ja auch nicht meine schrottigen Karten. Hallo. Hörs? Hallo. Hallo. Ja, hauli. Hauli, hauli, hauli. Oh, Mann, Murat, ey. Guckst du deine blöde blau? Meine Karten bringen halt absolut gar nichts. Pff. Wir können ja gerne tauschen. Blau? Oh, das ist irgendwie. Rot. Hast du den rot? Hast du rot? Nee. Ich weiß über grünen. Jetzt darf ich ziehen. Ach, grünen, schön. Jetzt schon. Irgendwie so motiviert, so. Oh, Alter, darfst du ziehen, ja. Und dann auch noch grün? Ja, du bist hier nicht gleich dran. Ihr Virus ist das. Ja, schon, aber trotzdem. Das kann nicht wahr sein. Hier ist doch immer noch kein Rot. Oh, Mufti, ey. Stell dich mal in den Schrank. Jetzt hör mal auf damit, ey. Das ist keine gute Idee. Das darf ich wieder zu ziehen. 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 Ja, crazy. Was los? Was läuft so? Scheiße. Du hast keine Ruhe. Doch, 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 doch. Null. Wechseln. Ja, als hätte ich mich so arrangiert mit meinen Karten, Mensch. Wie jetzt spricht denn die Karten? Nee, mit denen doch nicht. Ja, das sind geile Karten, oder? Ja. Ja. Alles klar. Oh, Mann, ey. Lol. Also, mir macht's richtig Spaß mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's richtig cool. Nein, das ist echt, echt genial. So, Virus. Sowas wie uns gibt's nicht noch einmal. Ja, ganz. Hast du rot? Hast du rot? Hast du das immer rot? Hast du das immer rot? Du, Tobi? Ja. Hast du rot? Danke, Tobi. Hast du rot? Ja, hat der rot. Sehr schön. Danke, Virus. Danke, danke, danke. Hat jemand blau? Oh, Gott. Ich hätte nicht genommen. Ich hätte nicht genommen. Oh, Gott. Ich hätte nicht genommen. Oh, Gott. Ich hätte nicht genommen. So kann man's hinbegden. Ehhhh, was Geoff? Wir sind alle am Stöhnen, sind hier. Oh, 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 oh. Nein. Ja, so ganz klein. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Nicht die Mama. Ja. Muss ich kein Unruh noch sagen. Egal. Hallo, Digga, schon wieder gewonnen, ey. Boah, ey. Tobi ist der Gewinner. Ja, Freunde, das ist geil, YouTube-Schwarz. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.